So, ich will euch heute mal erzählen, wie man einen Sauerteig herstellt, von Null. Ich will das einfach nur mal in Worte fassen. Ich will das nicht groß dazu zeigen. Ich will das auch relativ einfach und simpel halten, um die Sache nicht zu kompensieren. Man muss es nicht über Milchsäurebakterien reden, Essigsäurebakterien und all diese Dinge. Ich versuche einfach, das so simpel wie möglich zu halten. Ich habe festgestellt, dass in letzter Zeit sehr viel wird überall gezeigt, wie man solche Sachen herstellt und jeder versucht es noch expliziter und noch besser zu erklären, was ich auch irgendwo von einer Seite in Ordnung finde. Auf der anderen Seite ist es für eine andere Gruppe von Leuten zu kompliziert. Es gibt ja Bäcker, die sind im Theoriebereich unwahrscheinlich stark und die wissen alles. Dann weiß man natürlich nicht, also mein Zwischentheorie und praktisch ist das immer eine andere Sache. Ich selber zähle mich nicht zu den Bäckern, die im Theoriebereich so viel Fachwissen haben. Ich zähle nicht mehr zu den, wie wir sagen, Instinktbäckern. Und diesbezüglich versuche ich mal meine Sachen so aufzuzeigen und so zu erklären, wie ich sie sehe, wie ich sie fühle. So, der erste Schritt für einen Sauerteig ist relativ einfach. Wir nehmen die gleiche Menge Wasser und die gleiche Menge Mehl. Dann haben wir Möglichkeiten, verschiedene Möglichkeiten, um die Sache zu beschleunigen, um es in eine gewisse Richtung zu lenken, möchte ich einfach mal sagen. Wir können auf der einen Seite nur das Mehl mit dem Wasser vermischen in den geschlossenen Behälter, vorzugsweise Glas zu und dann 24 Stunden bei Raumtemperatur stehen lassen. Das wäre der erste Schritt. Wir können aber auch hier, was weiß ich, wenn wir jetzt mal eine Mengenangabe machen, wir nehmen 100 Gramm Mehl und 100 Gramm Wasser, wir vermischen das. Dann können wir auch z.B. zwei Rosinen reinpacken. Die Rosinen, die pürieren wir vorher mit einem Stabmixer und dann mischen wir die rein. Warum? Überall haben wir Bakterien, Häfen in unseren Händen. Also nicht nur Coronavirus haben wir hier, sondern wir haben auch Häfen. Überall sind wilde Häfen in der Natur und die helfen die Sachen. Wir haben auch noch nicht mehr anspringen zu lassen. Genauso Rosinen, da ist Zuckeranteil dabei, da ist, wir haben gute wilde Häfen. Das ist also relativ interessant. Wir können auch, was weiß ich, ein Löffel Joghurt nehmen. Man kann ein bisschen Käfir vom Käfir nehmen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich halte es mal so simpel wie möglich und sage, wenn ihr was anderes machen wollt, mit Mehl und Wasser, würde ich eventuell zwei Rosinen empfehlen, die ich einfach mit dem Berührer reinmische. Dann lassen wir das 24 Stunden stehen. Das wäre also der erste Schritt. So, Schritt 2. Nach den 24 Stunden schauen wir uns das Ganze an. Vielleicht haben sich kleine Luftbläschen gebildet bei dem einen oder anderen. Eventuell, wenn es warm war, man kann es ja, was weiß ich, von 22 bis 28 Grad im Raumtemperatur stehen lassen. Oder vielleicht hat jemand da Rosinen reingemacht oder irgendwas. Ich habe auch schon gesehen, also wirklich, dass jemand sowas gemischt hat. Und am nächsten Tag war das an der Decke. Also Wunder passieren immer wieder. Ich habe sowas nur einmal gesehen in meinem Leben. Aber ich war live dabei und solche Sachen gibt es. Also in jedem Fall, was sich da entwickelt hat, davon nehme ich jetzt mal die Hälfte und schütte ich weg. Ja, das schütte ich einfach weg. Und dann mache ich es nach meinem Prinzip so. Wir bleiben mehr oder weniger, wenn wir vorher von 100 Gramm gesprochen haben. 100 Gramm Mehl und 100 Gramm Wasser. Und wenn ich davon die Hälfte wegschmeiße, bleiben wir 100 Gramm übrig. Ich nehme den gleichen Anteil, also sprich, wir bleiben 100 Gramm übrig, nehme 100 Gramm Wasser wieder und 100 Gramm Mehl und vermische das mit dem, was ich vorher hatte. Und mache ich das Gleiche wieder, schließe den Verhältnis, lasse es wieder 24 Stunden bei Raumtemperatur stehen. Das ist alles, was ich zu tun habe. Wir tun nichts dabei und warten wieder auf das Ergebnis. Schritt 2. So, dann kommen wir zum Schritt 3. Normalerweise sollte sich jetzt schon was tun. Wir machen aber nochmal das Gleiche wie bei Schritt 2. Wir nehmen die Hälfte weg, schmeißen die Hälfte weg und füttern exakt die gleiche Menge Mehl und die gleiche Menge Wasser und lassen es nochmal einen Tag stehen. Ja, das sind also die ersten drei Tage mehr oder weniger im gleichen Rhythmus. Das ist Schritt 3. So, nun Schritt 4 ist ein bisschen unterschiedlich. Nun, schmeißen wir mal wieder die Hälfte weg. Zum Beispiel, wir bleiben jetzt 100 Gramm drin. 100 Gramm dividiert durch 3 sind normalerweise 33,3 Gramm. Jetzt sage ich ganz einfach mal, das ist meine Methode, wie ich das mache, kann mich auch jeder schlagen dafür. Diese 33,3 Gramm, die füttere ich in Mehl und Wasser zu dem restlichen Teig, was drin ist. Also sprich, wir bleiben 100 Gramm drin, dann fütter ich jetzt nur 33,3 Gramm. Das lasse ich 4 Stunden stehen bei Raumtemperatur. Nach den 4 Stunden fütter ich nochmal die gleiche Menge Mehl und Wasser. 33,3, 33,3 Gramm. Dann lasse ich wieder 4 Stunden stehen. Und danach nochmal das gleiche. 33,3, 33,3. Und was mache ich dann? Dann, normalerweise, durch den Behälter, dann bei 18 Grad. Also sprich, jemand muss gucken im Keller oder, also sprich zwischen 16 und 18 Grad, lasse ich ihn mindestens 14 bis 18 Stunden fermentieren. Ich habe dazu einen Weinkühlschrank benutzt, das war immer relativ einfach. Das ist meine Methode. Es geht natürlich auch, dass man nach diesen drei Schritten das nochmal bei Raumtemperatur stehen lässt. Man muss observieren, man muss nachschauen, wie aktiv war bis dato mein Sauerteig. Und hier ist der Punkt, was wir vorhin gesprochen haben. Es gibt keine Schul. Theoretisch ist es so und so, kann man sagen. Aber praktisch ist es anders. Wie gesagt, ich habe Leute gesehen, die haben nur mit ihrer Hand Mehl und Wasser vermischt. Und am nächsten Tag war der Sauerteig praktisch aktiv, um Brot zu machen. Es kann also von Fall zu Fall anders sein. Man muss observieren. Sehe ich den Teig mehr schläfrig, der Geruch ist nicht besonders angenehm. Dann muss ich einfach mehr und mehr füttern. Immer in Abständen zwischen 4 und 6 Stunden. Wenn der Teig bis nach dem dritten Schritt schon relativ aktiv ist, dann kann ich nach dieser drei Schritte Methode, die ich jetzt hier dargestellt habe, kann ich auch den Sauerteig in den Kühlschrank tun. Also dann würde ich empfehlen zwischen 8 und 10 Grad, das kann man einstellen am Kühlschrank, besser wie 4 und 6. Also ich würde es nicht gleich so runter fahren. Weil die Kultur muss sich ja erst stabilisieren. Das wäre natürlich jetzt Schritt 4. So, nun kommen wir zu Schritt 5. Schritt 5 müssen wir erstmal sehen, was hat sich getan, nach dem nach Schritt 4, was hat sich getan, hat sich das Volumen verdoppelt, hat sich nur ein bisschen was getan, hat sich gar nichts getan. Dann muss ich den vierten Schritt mit diesem dreimal füttern am Tag wiederholen. Ja, hat sich aber deutlich was getan. Ja, also man kann deutlich Aktivität feststellen, man riecht es auch. Dann kann ich auch mal die Hälfte wieder wegschmeißen, füttern und dann nehme ich die Zeit. Das Teil sollte sich in Temperatur, sagen wir zwischen 24 und 28 Grad, sollte sich in 3 Stunden, 4 Stunden verdoppeln. Schafft er das, ist er fertig. Dann kann ich davon was abschöpfen und damit im Brot fahren. Ja, dann ist er aktiv genug. So, über die weitere Zeit wird er natürlich noch aktiver und wird sich auch, also wird sich der Stamm, wird sich stabilisieren. Ja, er wird seinen eigenen Charakter entwickeln. Hier muss ich sehen, ist er nicht aktiv, sollte ich diese 3-Schritte-Fütterung täglich wiederholen, bis ich ihn so weit bekommen habe, dass er aktiv ist. Ja, das ist wichtig. Und der sechste Schritt ist dann nachher, würde ich sagen, also wie man ihn am besten pflegt. So, Schritt 6. Schritt 6 kann man sagen, jetzt kommen wir da zu einem Punkt, wo wir diese Maße, die wir haben, gehen wir mal davon aus, dass es aktiv ist, das ist dann unser Anstellgut. Also sprich, das kann ich dann verwenden, um mir jeden anderen Sauerteig herzustellen. Also davon kann ich jetzt was nehmen und kann es mit Roggenmehl mischen und dann über Nacht stehen lassen, dann habe ich am nächsten Tag einen aktiven Roggensauerteig. Ich kann das auch mit Dinkelmehl mischen, ich kann es mit Vollkornmehl mischen, alles mögliche. Man kann natürlich auch in den Sauerteig, in der Entwicklung vorher, man muss nicht unbedingt alles auf Weizenbasis machen, man kann auch nur, man kann auch ein bisschen Roggen rein machen. Ja, das hilft auch in der Entwicklung. Also sprich, 10% Roggen auf den Sauerteig ist auch gut für die Entwicklung. Now, wollen wir mal darüber reden, wie man, wenn der Sauerteig, also schön aktiv ist, wie man den am besten zu Hause beibehält. Es gibt ja immer wieder die Zeitprobleme und viele Leute sagen, ja, ich fitter mein einmal die Woche, ich schweige, ich will nichts wegschmeißen und so weiter. Das sind persönliche Einstellungen, das muss jeder selber wissen, wie ihr solche Sachen handhabt. Ich halte da relativ wenig davon, ich finde, so ein Sauerteig sollte mindestens dreimal die Woche geführt werden. Und wenn man dann in einen sauren Apfel beißen muss, dass man was wegschmeißt, nun mal, dann ist das halt so, kann man nichts ändern. Aber ich kann auch diese Teige, was übrig sind, in anderen Teigen verwenden. Ja, wenn jemand jetzt kontinuierlich andere Sachen backt, dann auch in Hefegebäck kann man das mit einbauen. Aber ich gebe mal, wenn man also den Teig nicht benutzt, sollte man ihn schon meiner Ansicht nach zwei bis dreimal die Woche füttern, damit er irgendwo auf einem gewissen Niveau bleibt. Ja, wenn der dann mehr oder weniger schläfrig im Kühlschrank ist und ich will damit Brot machen, dann ist natürlich schon irgendwo wichtig, das Anstellgut rauszunehmen und ihn dreimal zu füttern, um ihn relativ aktiv zu kriegen, um dann damit schönen Brot zu treiben. Ja, man sollte immer im Auge haben, die Formel, je mehr ich füttere, desto aktiver ist er und desto milder ist er. Auch zu empfehlen, sich pH-Meter zu kaufen, um zu messen, wie der pH-Wert von meinem Sauerteig ist. Ich halte meinen Sauerteig bei 4,2, 4,3. Ja, diese anderen, also früher hatte ich es bei 3,7, 3,8, aber das ist dann doch schon deutlich zu sauer. Und das kann natürlich auch relativ schnell gut aus und solche Sachen entstehen. Ich will einfach mal kurz, runtergehen lassen und sonst ransacken Straßen grüß